Musik Ja, am ersten Teil haben wir so geendet mit den türkischen Muttis auf der Parkbank, wo man sich im Grunde dann fragt, wo sind unsere Alten jetzt hin? Und das zeigt auch eine gewisse, ich finde, Perversität in unserem Miteinanderleben. Denn unsere sind einfach weg, die nehmen nicht mehr teil. Die sitzen eben nicht auf dieser Bank wie Jahrhunderte zuvor alte. Und dann sind wir rübergeschwappt oder übergegangen zu einem Erlebnis, was ich im Grunde jetzt in einer Eisdiele hatte. Ja, mit einem Grinsen nahm ich wahr, dass auf dem Eisdielentisch ein Aufkleber war von der 2020er Luca-App. Und der war aber abgeschrubbt, so abgenutzt, so wie die Bodenaufkleber zum Abstand im Supermarkt zum Beispiel. Und diese Luca-App, du kannst dich erinnern, die war im Grunde eine Kontakt-Nachverfolgungs-App. Also man hat damit dann freigegeben, wo man ist. Man hat der Totalüberwachung stattgegeben seiner selbst. Und als Kontrapunkt dazu hing in derselben Eisdiele ein DIN A4-Plakat mit Wir nehmen nur Bargeld an. Und das zeigt und zeugt schon von einem, ja, sagen wir mal, Initiierungsprozess im Jahr 2020, den man so interpretieren kann, dass da etwas schief ging. Das war ja der Anfang des neuen Normal, du erinnerst dich. Und dieses neue Normal, eineinhalb Meter Abstand, Bargeldabschaffung etc., wie man es da aufgesetzt hatte, ja, immer alles getrennt voneinander. Es war ja ein gesellschaftlicher Schock, kann man sagen. Und die Traumatisierung dessen sind, werden verdrängt, werden nicht diskutiert. Fast jeder hat sie, äußern sich in Wut, äußern sich in Trauer, in Depressionen, in allem. Und davon liest du alles nichts. Das ist dank nur, ah ja, wieder mal Sirenen. Ja, Waldbrandgefahr steigt stark an. Wobei, wir hatten Regen. Egal. Ja, und es war quasi wie ein Symbolbild, diese beiden sich widersprechenden Schilder. Diese Luca-App, die aber abgenutzt war durch die Bewegungen auf dem Tisch und dann, wir nehmen nur Bargeld. Ja, das hatte etwas von, man als sei dieser Indizierungsversuch damals da gescheitert, 2020. Ich würde es auch erst mal so interpretieren, aber man ist längst beim zweiten und dritten Anlauf angekommen. Man sieht jetzt zum Beispiel Bilder von einem Aldi in London, wo man nur noch über QR-Codes und sein Handy Zutritt erlangt. Ja, das ist im Grunde dasselbe perfektioniert. Und da will man hin, man möchte in die bargeldlose Gesellschaft, ja, und sieht das auch, wenn die Geldmengen am Bankschalter getrennt werden, immer mehr zwischen Bargeld-Einzahlungsgrenzen, Bargeld-Auszahlungsgrenzen, dass das, ich nenne es jetzt mal, das Buchgeld, das elektronische Geld, immer stärker abgegrenzt wird vom Bargeld. Damit verliert Bargeld natürlich, und das ist der brutale, die brutale Lehre, ein Stück seines Wertes, weil es nicht mehr, weil du nicht mehr zu jeder Zeit zahlungsfähig bist. Wie meine ich das? Wenn du jeden Abend deine Geschäftserlöse zum Beispiel in Bar auf die Bank bringen möchtest, wie es viele Selbstständige tun und du auf einmal hast 2000 Euro wegen mir mit und du auf einmal mit einer Bargeld-Einzahlungsgrenze von 1000 Euro konfrontiert bist und kannst mehr nicht mehr in den Geldverkehr bringen, dann verliert Bargeld in dem Moment Wert und dann sind, nimmst du den realen Wert, dass du Forderungen von dir begleichen kannst, obwohl du das Geld hast. Und dann übt man damit natürlich den Druck auf die Geschäftsausübenden, auf die Selbstständigen aus, kein Bargeld mehr anzunehmen. Das sind so eins, zwei von diesen Kreisläufen, wie jetzt momentan extra da getrennt wird. Wie dieser Aldi, alles soll dann nur noch über elektronische Zahlungen abgewickelt werden. Also man ist längst im zweiten Anlauf hier angekommen. Währenddessen wir in dieser trauten Scheinsicherheit, mehr Mediterranee, am Baggersee, wir wollen von allen nichts mehr wissen, in dieser Tumpheit, in dieser Nicht-Toleranz, Ignoranz, bei allem die Augen zumachen, mehrheitlich jedenfalls. Dasselbe hast du mit der Bürger-ID, die jetzt vorangetragen wird. Die Frau Faeser war es, glaube ich, die darüber informiert hat. Ja, das ist die Digitalisierung, die einfach auf allen Ebenen im Hintergrund vorangetrieben wird. Währenddessen wir in dieser Scheinsicherheit, schlafwandlerisch, mehrheitlich als Menschen keine Notiz davon nehmen oder nehmen wollen. Das sind veränderte Haltungsbedingungen, die hier im Hintergrund definiert werden. Interessiert keinen so richtig. Ja, was ist da dahinter? Jeder Bürger kriegt, wahrscheinlich ist es dann jeder Einwohner hier, kriegt ein Konto, eine sogenannte Bund-ID wird es genannt. Und damit kannst du dann quasi deine Gesamt-Online-Verwaltung abwickeln. Quasi, und das ist das, es wird als praktisch gezeigt und ist das, ja, ich werte es als das Perverse dabei, ein zentraler, ein einheitlicher Kerndatensatz zur Verwaltung deiner. Und EDV funktioniert nun mal so, dass du an stimmige Kerndatensätze kannst du dann alles dransetzen. Das ist, ja, das ist für den Erschaffenden äußerst hilfreich. Ja, gut, und ich habe manchmal den Eindruck, als würden wir dann mit Sätzen wie Gott ist queer, letzter Kirchentag, bewusst in eine Provokation getrieben werden. Nimm dafür vielleicht auch wieder das Zitat von dem Herrn Biden, Gott save the Queen, ja, das als wäre das, könnte sein, das Fressen fürs Volk, da dürfen alle mal lachen, die Kokaine, wir verenden Europa oder erklären Russland den Krieg jetzt mal nebenbei. Haha, währenddessen die Agenda vorangetrieben wird. Ich frage mich, wie ich angesichts einer Bund-ID oder eines Aldi, Aldi-Shops da London war es, meine ich, mich über ein, darüber freuen soll, wenn dann im alternativen Sektor verkündet wird, über die ID-Wallet gibt es dann demnächst ein Quantenfinanzsystem. Da haben wir jetzt die Geschmacksfarbe, wir haben über Propaganda, schwarze, graue, weiße, geredet. Wir haben darüber geredet, dass mehrere Psyops im Grunde gestartet werden. Also du hast eine, jeder nach seiner Geschmacksfarbe. Du hast die Welt des Bild-Zeitungslesers, des Sternlesers, du hast die Welt von Q, du hast die, jeder nach seiner Geschmacksfarbe. Ja, und du regierst über diesem Blasenmanagement. Da regierst du, Teile und Herrscher. Ja, und ich frage mich, wie ich mich jetzt angesichts von Bargeldabschaffung bekomme ich verkauft. Es gibt demnächst ein Quantenfinanzsystem mit einem Bürgerkonto und Bürgergeld. Bürgergeld, was nichts, es ist ein Wort und nichts anderes als Versklavung bedeutet dieses Wort. Und ist nicht genau das die Handschrift hinter den vielen Ereignissen, die ich sehe, ob landwirtschaftliche Betriebe zumachen müssen, ob sie Geld weggenommen bekommen, ob ich nicht mehr mit Holz heizen darf, weil es gegen den Feinstaub, weil es so viel Feinstaub produziert, ob die Gaspreise immens hoch gemacht werden, ob ich bestimmte Sämereien nicht mehr kaufen darf, sondern nur noch solche, die ich jedes Jahr neu kaufen muss. Wir sehen einen Angriff auf, Achtung, die Souveränität von Menschen für sich selbst zu ackern, sich selbst am Leben zu erhalten, selbst souverän für sich einzustehen. Wir sehen einen Angriff auf allen Gebietern. Ja, das passt, das passt zusammen. Und nicht, wir bekommen ein Bürger, ein Bürgergeld ist ein Name, auf der anderen Seite heißt es Hartz IV und du bist zum Handaufhalter, verdammt, und bist dann abhängig von einem Staat. Und sollst dich jetzt noch darauf freuen, das ist dann jetzt die Geschmacksfarbe, mit der das Ganze verkauft wird. Bald wird alles gut, wir kriegen unsere was, unsere Lebenskonten da zurück und sind alle reich, oh mein Gott. Ja, okay. So, dann, wo wir doch so nett am Schimpfen sind. Wir sind im Grunde immer noch bei BRD und Alltag. Musst dir mal vorlesen vom Bundesministerium der Justiz eine Twitter-Nachricht. Immer wieder wird die Existenz unserer Grundrechte von Usern gerade hier auf Twitter infrage gestellt. Die Existenz unserer Grundrechte infrage stellt. Das macht uns oft nachdenklich und noch öfter wütend. Ui. Denn wir sind stolz auf unseren Rechtsstaat und möchten ihn keine Sekunde missen. Hashtag, unser Rechtsstaat schützt uns alle. Ja, 20 vor 9, am 9. Juni 23. Unser Rechtsstaat schützt uns alle als Hashtag. Nur ich antworte da mal mit dem Herrn Hirschhausen, der was glaube ich da drauf. Ungeimpfte sind asoziale Drittbrettfahrer. Ja, Hashtag, unser Rechtsstaat schützt uns alle, oder wie? Gut, gehen wir da mal rein. Also, unser Rechtsstaat schützt uns alle und die Existenz unserer Grundrechte hier infrage gestellt. Okay, dann gucken wir uns das doch mal an. Also, ich frage mich, ob das eine Realsatire ist, dieses Twitter-Post da. Wir haben jetzt Jahre hinter uns, wo Grundrechte eingeschränkt und entzogen worden sind. Und wir haben nicht nur jetzt Polizeikessel, Maskenzwang oder Impfpflicht in bestimmten Berufen, Militärpflegeberufe gesehen. Und wir sehen, wie die aktuellen Gerichtsprozesse dazu weiter durchgesetzt werden und Bußgelder weiter verhängt werden. Obwohl man jetzt sogar amtlich oder im Mainstream-TV sagt, es gibt diese Impfnebenwirkungen. Und du wirst dann mit 500 Euro im Monat abgespaßt. Jeder Zugewanderte kriegt da deutlich mehr. Gut, also dieser Entzug und die Einschränkung von Grundrechten ist nicht irgendwie eine Meinung von Nutzern, sondern die hat real stattgefunden. Wir haben das gesehen bei der Versammlungsfreiheit. Wir haben es gesehen bei der Unverletzlichkeit der Wohnung. Wir sehen es beim Bankgeheimnis. Wir haben es in, ja da ist der Ermessensspielraum jetzt größer, bei der Artikel 1, bei der Würde des Menschen gesehen. Wir sehen nahezu jedes einzelne Grundrecht gefährdet, eingeschränkt, ausgehebelt. Das ist die Realität im Jahr 2023. Und wir sind mittlerweile, ja, wenn wir jetzt so ausgehen von einem freiheitlichen Menschen in einem demokratischen Rechtsstaat etc., wir sind mittlerweile angekommen beim, Achtung, Heizüberwachungsgesetz. Da sind wir, ja. Auf dem Niveau reden wir. Heizüberwachungsgesetz. Wir gucken uns mal genauer an, wie und mit was du heizt und wie viel du heizt und auf wie viel Raum du lebst. Da sind wir angekommen. Wir überlegen uns mal, ob du nicht zu viel Quadratmeter beanspruchst, währenddessen so viele Leute, die aus fernen Ländern kommen, immer mehr Platz brauchen. Denn es sind ja so viele, dass wir wegen dir am Ende jetzt noch die teuren Hotels anmieten müssen für die. Ja, wir müssen mal gucken, ob wir da nichts machen können für und oder gegen dich, oder? Ja. Und was ich am besten finde dabei ist dieser Hashtag, unser Rechtsstaat schützt alle. Und genau das hat er eben nicht getan. Genau das ist die große Lehre der letzten drei Jahre und der Pandemie, demnächst dann Fake genannt, dass er eben die Menschen nicht geschützt hat. Weder das Grundgesetz, das Grundgesetz wurde auf Demos als Provokation durch die Polizisten wahrgenommen, bist du ein Extremist, weder das Grundgesetz noch das, was darin geschrieben ist, hat geschützt. Nein, hat es nicht getan. Ja, im Gegenteil, wir mussten erleben, wie das Grundgesetz nicht wehrhaft genug war. Kritiker meinen, einen Putsch von oben abzuwehren. Bevor wir zur Wirtschaft kommen, mein Lieber, meine Liebe, noch mal ein Gedanke, den ich gesehen habe beim Anschauen eines Videos. Da ging es darum, dass ein offensichtlich hellhäutiger Schüler von mehreren Dunkelhäutigen geprügelt wurde. Von diesen Videos gibt es mittlerweile eine ganze Menge. Eins. Bild eins. Bild zwei. Vor, du weißt, hier auf dem Kanal habe ich eine Serie, die ich dir antrage über den hybriden Krieg. Gut, gehen wir jetzt nicht darauf ein, über den hybriden Krieg. Und da, im Rahmen dessen, haben wir auch schon geredet über einen sowjetischen Überläufer damals, der über den Propagandakrieg aus Seiten des Ostblockes informiert hat. Und er sagte damals unter anderem, es war ein hochinteressantes Interview, unter anderem, dass wenn man gesellschaftliche Trends und Gegenbewegungen installiert, ein neues Normal, ich meine jetzt nicht das der letzten drei Jahre, dass man dafür einen Zeithorizont von 15 bis 20 Jahren hat. Und da, ich isoliere jetzt die Aussage von dem Herrn. Ja, Bild eins, der geprügelte Schüler. Bild zwei, 15 bis 20 Jahre Wirkhorizont, bevor deine Saat aufgeht, mit der du jetzt ganze Gesellschaften destabilisierst oder zersetzt etc. Man könnte zum Beispiel, wenn man das wollte, um dir jetzt ein Beispiel zu geben, das zu zeigen, das Wellenreiten, das zyklische Aufkommen der grünen Partei so sehen. Ja, du machst eine außerparlamentarische Opposition, eine Studentenbewegung, sehr empfänglich immer. Die jungen Leute, ich sage ja, generationenweise wird gearbeitet, jungen Leute immer empfänglich für revolutionäre Ideen, ja, gegen das Establishment und alles das, gegen die Täter, ja, da haben wir auch schon viel drüber geredet. Generationen müssen gespalten werden, da ist unheimlich Sprengstoff drin. Dann machst du daraus eine Umweltbewegung, ja. Die ging damals gegen Kernkraft, die wird verzahnt mit NGOs wie Greenpeace. Du machst daraus einen gesellschaftlichen Trend. Nach 10, 15 Jahren nimmst du davon die politische Ernte, ja. Joschka Fischer als erster Ministerpräsident in Hessen mit Türnschuhen vereidigt. Und viele dachten damals, das sei jetzt eine neue Ära. Das ist ja, wir haben jetzt unser grünes Wirtschaftswunder, wird jetzt immer so kolportiert, ja. Alle wundern sich über die hohe Inflation und über die hohen Gaspreise, das grüne Wirtschaftswunder eben. Ja, aber was ich sagen möchte ist, im Grunde, dass du da jetzt, du könntest das als eine Form des hybriden Krieges wahrnehmen. Du installierst gesellschaftszersetzende oder verändernde, je nach Gusto und Betrachtung und Meinung, Energien in einem System, machst die groß und hast nach, sagen wir, 15, 20 Jahren die politische Ernte. Okay, darum geht es mir im Grunde. So, und jetzt sind wir wieder ganz am Anfang bei dem Schüler. Wenn ich die jetzigen Bewegungen so sehe, also die Migrationsbewegungen, das, was in Klassenräumen, Arbeitsstellen, Parks des Nachts, Hauptbahnhöfen und so weiter los ist, dann kann ich natürlich linear schlussfolgern darauf, das endet im totalen Kollaps dieses Landes. Wenn wir davon sprachen, dass es einen Kollaps gibt, dann rede ich davon, dass er wirtschaftlich, justiziell einen Neuanfang, dass dieses System hier an die Wand gefahren wird, dass es abgebaut wird, abgetragen wird, dass die Wirtschaft hier deindustrialisiert wird. Also das ist eine Sache. Wir sind jetzt im Bereich hybrider Kriegsführung. Und dann kannst du sagen, das endet genau so. Du kannst aber genau, also im Kollaps verschiedener Ethnien und einem kompletten Chaos des Zusammenlebens, glaube ich das, nein. Das Video, ich will es nicht überstilisieren, aber das Video von diesem Schüler zeigt mir, dass in der Zukunft, 10, 15 Jahre, hier ganz andere Energien groß sein werden. Denn das, was da, sehe ich mal, spirituell, was da als Energie hereingeprügelt wird, in viele Kinder und viele Videos, die wir sehen, bleibt nicht unausgeglichen. Ich rede jetzt, Achtung, Verweis extra für alle YouTube-Menschen, die wieder, ich rede nicht im Hass, ich rede nicht revisionistisch, ich rede gar nichts. Ich rede spirituell mit meinem Wissen um dieses Universum hier, ist immer in der Balance. Es sucht ständig die Balance. Diese Jungs, diese Kinder, werden es nicht vergessen. Da ist Hass mit drin, da sind viele Emotionen mit drin, da ist viel Spaltung drin. Und sagen wir es quasi in einem Wort oder sehr schnell, in 10 bis 15 Jahren, denke ich, werden wir hier nicht nur, oder werden wir Multikulti nicht erleben. Wir werden die Rückkehr zu nationalen und zur Durchsetzung nationaler Interessen erleben. Auch wenn dir das jetzt unglaublich erscheint. Und wenn diese Gesellschaft dann, ja, mit vielen Nationalitäten durchsetzt sind, dann werden es Leute sein, die hier sein wollen und die hier produktiv einen Beitrag leisten. Aber nicht das, was wir jetzt hier sehen. Verstehst du? Ich musste mal was trinken und wollte nochmal überlegen kurz. Und es wird nicht das Einzige sein. Glaubst du tatsächlich, hier wird es ein Land mit tausend Geschlechtern und so etwas geben? Nein. Eine Interpretation der Geschehnisse jetzt ist eben auch, dass das Verrückte, das Kaputte, das Böse, das Zersetzende so klar gezeigt wird, ja, dass es eben klar wird, wie kaputt es ist. Dass man damit auf direktem Wege die Gegenkraft in den Menschen aktiviert und auch triggert. Okay. Lass uns noch ein bisschen über die Wirtschaft reden. Ein paar Sachen. Wir sind nun, das ist eine Spiegelschlagzeile, bei einer gefühlten Inflation von 18,1%. Aha, okay. Diese sei in Deutschland besonders hoch. Das Erste, was mir dabei in den Kopf kam, ist ja interessant. Wir haben jetzt, trotz Inflation, die gerade, ja, die Luft anhält etwas. Wir sind bei amtlichen 6,1% nun. Und es wird betont, mit Warenkörben, wir haben ja öfter schon mal drüber geredet, ja, mit designten Warenkörben. Und es wird betont, dass die im Vergleich zu Europa besonders niedrig sei. Ja, die deutsche Inflation. Und mich hat es zuerst erinnert an wieder mal eine typische Psychologisierung. Ja, wie die German Angst, habe ich ja auch schon öfter mal drüber geredet. An jeder amerikanischen Militärakademie wird zwar gelehrt, Deutschland sei territorial, strategisch also, besonders anfällig. Ja, das sei das Karma Deutschlands, wirtschaftlich stark, strategisch im Herzen Europas, so viele Grenzen, so viele Nachbarn, enormst anfällig. Und auf der anderen Seite wird genau dieser Fakt, der dann natürlich in den letzten 100 Jahren Abwehrmaßnahmen oder ein starkes Militär rational begründbar macht, es gibt verschiedene Formen der Außenpolitik, es macht es begründbar, es macht es nachvollziehbar, es ist kausal, dass man dann irgendwie ein starkes Militär hat. Ja, wenn ich von allen Seiten real territorial bedroht bin. Dieser schlichte Fakt wird dann psychologisiert zur German Angst. Also so etwas wie, die Deutschen sind halt immer ein bisschen verrückt und haben immer Angst, sie werden von irgendwem überfallen. So etwas wie ein Hirndefekt. So etwas wie ein Trauma, die sind nicht ganz dicht, musst du aufpassen, die überreagieren immer ganz schnell, ja, weil die meinen, die meinen im Gehirn, sie werden überfallen. Ja, man verdreht Fakten zu Fiktionen, zur Psychologie, ja. Tatsächlich kokettieren wir damit herum, dass dieses Wort gefühlt auch im Sprachgebrauch, im Alltag dann oft benutzt wird. Ja, und hier haben wir jetzt eben die gefühlte Inflation, die ist bei 18%. Das hinget damit zusammen, dass man hauptsächlich im Supermarkt dann eben, weil die Lebensmittel so teuer geworden sind, den Eindruck habe, dass die Inflation viel mehr sei als die amtlichen 6,1%. Was aber dann quasi ja nur eine verzerrte Wahrnehmung ist. Ich gehe jetzt da nicht in die Details, ja. So gehe ich nicht rein. Haben wir auch schon gemacht, ja. Stichwort Warenkörbe. Und was dann da groß ist, was keiner braucht, zum Beispiel Kino oder sowas. Zum Beispiel, jetzt Kino hat sich kaum verteuert, aber du nutzt es halt nie, hast kein Geld mehr für Kino oder sowas, ja. Ja, was wollte ich sagen? Ja, ich wäre eigentlich dafür, dass man angesichts dieses Durcheinanders, wir haben jetzt dann eine gefühlte Inflation, sagen die von 18%, und eine amtliche von 6,1%. Ich wäre dafür, dass man vielleicht dann auch eine dritte Sparte der Inflation dazu nimmt, nämlich einfach mal die echte Inflation, ja. Dann hätten wir quasi gefühlte amtliche und echte Inflation und könnten vielleicht dann weiterarbeiten. Wäre so mein zynischer Vorschlag, wie wir damit umgehen. Ja, dann ist es jetzt salonfähig auch geworden. Ja, es war ja auch eine Verschwörungstheorie und die Schwarzmaler hier eben auch auf so nicht werbefähigen Kanälen wie meinem, ja. Den kann man ja nicht, den kann man sich ja nicht draußen zeigen lassen. Wenn man ja noch was werden will, natürlich, ist klar, im Gefüge, ne. Der Herr Merz, ne, der macht jetzt so ein bisschen, also mir kommt er mir vor, als wäre das jetzt so ein bisschen so ein Oppositioneller, ja. Wie der Herr Söder, der ist ja auch schon so in die Rolle des kleinen Mannes geschlüpft und Verteidiger der Grundrechte und so, ja. Ja, der Herr Merz, der hat jetzt auch ausgedrückt, das Land nimmt Schaden unter dieser Bundesregierung. Wir erleben eine stagnierende Investitionstätigkeit, schleichende Deindustrialisierung, zurückhaltenden Konsum und große Verunsicherung in der Bevölkerung. Ja, das ist wahr, natürlich, klar. Nur warum sagt er das, ja. Kritiker nennen ihn ja auch den, was, den Herrn Blackrock, Merz oder was? Blackrock oder Vanguard, Merz? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, der Blackrock. Ich meine, wir wissen doch im Grunde alle, woran wir da sind mit den meisten Herren im Bundestag, genannt Volksvertreter. Frag ich mich auch manchmal, ist das eine Verkehrung? Also, vertreten die uns oder vertreten die uns? Also, ich fühle mich nicht vertreten. Nö, gar nicht. Verweise ich nur auf so ein paar Abstimmungen, Erweiterung der WHO, wird ja so, Kompetenz, mehr Kompetenzen für die WHO, ja, los. Waren die meisten im Bundestag dafür, ja. Vertreten mich nicht, kein Hauch. Ich habe immer den Eindruck, die arbeiten sehr gegen mich und meine Interessen. Und sie arbeiten gegen den Menschen. Und sie sind ihren Lobbyisten verpflichtet. Wes Brot ich es, des Lied ich sing. Unsere Stimme haben sie ja schon, dann brauchen sie da nicht mehr drauf achten. So fasse ich das auf. Das ist im Grunde die Installation eines Kampfes, eines Krieges gegen das Volk, gegen den Menschen, gegen das Sein, das Sein-Können des Menschen ist. Was hier politisch legitimiert ist. Leide. Leide. Aber das kann natürlich nur eine sehr einseitige Meinung und Sichtweise von mir sein. Wenn man mir verbieten will, mit Holz zu heizen, währenddessen man an der Gasschraube dreht und im nächsten Augenblick sagt, hey, bau dir doch mal eine Wärmepumpe ein. Ansonsten ist dein Haus nichts mehr wert. Kann natürlich sein, dass ich das sehr verzerrt wahrnehme, dass man da eben nicht gegen mich arbeitet. Kann sein. Ja, Deindustrialisierung wurdest du vor zwei Jahren ausgelacht. Und auch der Vorstandsvorsitzende des Chemiekonzerns Evonik, der Herr Kullmann, warnt nun vor einer schweren Wirtschaftskrise in Deutschland. Brauchst nicht mehr Waren, die ist da. Ja, es ist wie Dominosteine. Viertel ist schon umgekippt, der Rest fällt von selbst. Wir sind, sagt er, seit dem Spätsommer des vergangenen Jahres auf dem Weg in eine Wirtschaftskrise. Amerika steht kurz vor einer Krise in Europa ist sie da. Na bitte, na eben. Insgesamt sehen wir für 2023 eine eher düstere, eine eher schwache wirtschaftliche Entwicklung, sagte der Unternehmer im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Hinter den aktuellen wirtschaftlichen Turbulenzen sehe er eine transformatorische Veränderung der Weltwirtschaft gesamt. Ja, klar. Und das bedeutet für Deutschland ganz konkret, dass wir Massengüter ganz gleich in welcher Industrie hier in der Perspektive nicht mehr herstellen werden, mahnte Kullmann. Dies entspricht exakt dem grünen Versprechen von einem Wirtschaftswunder damals ja auch. Ja, die Rohstoffpreise sind jetzt zu hoch, dass wir jetzt hier eben als verarbeitender Industriestandort im Weltvergleich, werden wir sehen, noch Konkurrenz bieten können. Die Firmen wandern dann ab, was reden wir in den Lagen seit Monaten, was sagen wir, dass die Deindustrialisierung, das Greenland unter einer grünen Partei wird zum grünen Land. Manchmal frage ich mich, was hat man auf einer übergeordneten Ebene unter Umständen mit dieser Neuaufteilung, Neuordnung der Welt vor? Ja. Gibt es solche Pläne? Ich meine, wir haben ja im Baurecht, haben wir jetzt Föderalismus, haben wir die Gemeindepläne, die Landespläne, die Bundespläne, Rahmenpläne und so weiter, wo ganze Regionen ja bewidmet werden, ja. Ja, da machen wir einen Freizeitbereich, das hier. Habe ich schon mal drüber geredet, ne? Und ich frage mich angesichts der Deindustrialisierung hier, währenddessen eine Massenmigration läuft und, 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 frage ich mich, was hat man mit diesem Land vor? Jetzt nicht mit dem System. Das System ist klar, das soll zerstört werden, ist vollkommen klar und wird kollabieren. Kollabieren. Was hat man mit dem Land und den Menschen dann darin vor, frage ich mich so, meine Art. Was soll hier werden? Ein Riesennaturpark? Ganz Deutschland so ein Riesennaturpark vielleicht, oder was? Oftmals kopiert man ja technisch, was natürlich da ist. Heißt, Gaia, der Herdball, hat bestimmte Qualitäten auf seinen Landstücken. Wenn man das technisch kopiert, also verschiedene Energien, verschiedene Frequenzen, manche eignen sich sehr gut zur Wiederherstellung der Gesundheit, sind gut für Urlaub, andere Standorte, da kannst du Ressourcen aus der Erde holen, im dritten kannst du gut produzieren. Verschiedene Länder und Landstücke haben verschiedene Qualitäten. Was hat man, wenn man das technisch kopieren wollte, könnte man das ja mit dem gesamten Erdball auch machen. Was hätte man dann hier mit diesem Land vor? Was soll das werden? Oder gibt es solche Planungen gar nicht? Das ist ja jetzt sowieso nicht. Das ist klar, ne? Das ist jetzt nur Fantasie, Fiktion von mir. Aber angesichts der Veränderungen hier, frage ich mich sowas manchmal, jo. Und es ist, na klar, vollkommen klar. All die vielen Puzzlesteine, ich springe, bin eins weiter gesprungen jetzt. Wir haben eben von der Deindustrialisierung geredet. Schau mal, in Russland tobt weiterhin ein Krieg. Wir werden darüber reden, morgen in der Lage. Die Grenzen dort sind destabilisiert. Russland ist Sanktionen unterzogen über den Westen, während der Westen sich mit diesen Sanktionen selbst schadet. Das heißt, die Konkurrenten, wem nutzt all das? Die Konkurrenten von den USA sind alle maximal beschäftigt und behindert. Und es gibt dann eben den lachenden Dritten dabei. Russland beschäftigt. In Europa hast du dann noch eine Massenmigration dazu. Fokus Deutschland. Und so schaltest du die Wirtschaftsgegner zum Beispiel auch aus. Unsere eigenen Sanktionen gegen Russland fallen auf uns zurück. Wir sind mit der Massenmigration beschäftigt. Der Konkurrent Europa ist für die USA auch weitgehend dann ausgeschaltet oder behindert. verlangsamt. Und man selbst kann, oder hat dann mehr Zeit, um sich neu aufzustellen, zum Beispiel. Ja, okay. So, mein Lieber, meine Liebes. Ich habe jetzt... Ja, 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 ja. So. Okay, da. Ich mache das Mikro gerade nochmal dran. Ich habe nochmal ein Päuschen gemacht jetzt. Kommen wir langsam und sicher zum Ende. Das heißt, wir machen hier das Ende und dann noch etwas Spiri kurz. Machen wir ein Fazit von diesen Alltagsbeobachtungen, ja, diesen Bildern, die auch du kennst. Und so mische ich ja die Franks Freiheit immer zusammen. Alltagsbilder, die wir alle kennen, Hintergründe und so weiter. Was ist quasi dann jetzt das Fazit von all dem? Das Fazit ist dieser weiterhin, dieser immer stärker werdende Auseinanderlauf von öffentlichem Verhalten und Nicht-Krisenbewältigung. Also ich lebe jetzt weiter und will Spaß haben. Währenddessen die harten Fakten immer weiter auf Zusammenbruch, in die Krise hineinführen. Wirtschaftlich, ja sogar jetzt militärisch, finanziell, Rohstoffversorgung, da ist alles mit drinnen. Es wird gemacht, der Konflikt wird gemacht und am Leben erhalten, bewusst und proaktiv. Ja, mit Russland der Konflikt. Da kannst du jetzt übrigens das Zitat von dem Herrn Scholz nochmal vorspielen. So, nochmal. Wir bereiten uns auch darauf vor, dass möglicherweise ein großflächiger Angriff auf das Territorium der NATO und auch unseres Landes stattfindet. Und wir müssen, damit das nicht passiert, sicher zeigen können, dass das nichts wird, weil wir stark genug sind. Ja. So, ja, hast du es gehört? Ja, man, die, die, das richtige Fazit wäre, wenn man sich jetzt auf einen Angriff vorbereitet, dass man aus dem Konflikt aussteigt, ja. Natürlich, dass man nach einem Ausgang sucht, dass man diplomatische Pferden zieht, nach diplomatischen Lösungen sucht, dass man versucht, Frieden, Deeskalation herzustellen. Keiner redet so. Keiner redet so. Das ist unfassbar. Währenddessen aber dazu die Friedensdemos etc., die Empörung ausbleibt. Ich frage mich auch da, warum, wie ist es möglich, wie ist es möglich, dass man, ja, tatsächlich jetzt vom Volk her gesehen in einen Krieg taumelt, währenddessen er von der Führung proaktiv vorbereitet wird. Und immer weiter rein in den Konflikt, in die Wirtschaftskrise, in den Abbau. Wie ist es möglich, also das, 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 das ist natürlich, es ist hervorragend möglich, dass man eine Gesellschaft aufbaut oder abbaut. Woran, was mich fasziniert ist, wie das mit den Menschen möglich ist, dass die es mitmachen, dass die still mitgehen, dass sie sich stattdessen umorientieren. Ich sage ja, in meinem Deutsche Seele Vortrag ist es mit drinnen am Anfang, sage ich, dass ich denke, dass wir es zu tun haben, dass auf drei Ebenen ein Krieg läuft. Und zwar gegen Menschen. Auf der materiellen Ebene, auf einer energetischen und auf einer spirituellen Ebene. Schauen wir uns das kurz mal an. Auf der materiellen Ebene kannst du eigentlich sehr viel vom realen Konflikt bis über das, was du isst, was du atmest, was du trinkst, mit hereinnehmen. Welche Arzneimittel du nimmst. Auf der spirituellen Ebene ist dein Weltbild, mit dem du im Kopf herumläufst. Wie sieht das aus? Wie sieht dein Weltbild aus? Was hältst du für normal? Was ist unnormal? Glaubst du an Geist und Seele oder nicht? Denkst du, der Mensch ist ein intelligentes Tier? Wir haben darüber schon viel geredet und wir werden weiter über diesen spirituellen Aspekt viel reden. Auch jetzt vielleicht mal die nächsten Wochen Meister der Fiktion. Das ist ein schönes Stichwort. Mit welchem Weltbild läufst du herum? Was bezeichnest du als dein Sein? Fühlst du dich mächtig oder ohnmächtig? Beseelt oder unbeseelt? Und so weiter. Gibt es unheimlich. Und auf einer energetischen Ebene natürlich auch. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich da drauf kam. Drei Ebenen Kriegsführung. Ja. Das ist mir jetzt leider entglitten. Guck ich nochmal. Ja, vielleicht aber auch nochmal hinzusetzend energetische Aspekte. Wie steuere ich? Wenn ich jetzt zum Beispiel wie in Deutschland eine beengte Fläche habe und befülle das mit immer mehr Menschen, gibt es klare, ja zum Beispiel Ratten-Experimente, dass ab einer bestimmten Dichte die Aggression steigt. Das heißt, du kannst ganz bewusst Verhältnisse herstellen in Großstädten, in Bus und Bahn, dass die Energie dort schwappt, eher aggressiv ist. Du kannst energetisch steuern, indem du dann die Ordnungskräfte, du nimmst den Ordnungskräften, den Polizisten, nimmst du den Rückhalt, sodass die nicht mehr oder schlecht einschreiten können bei Vergehen, währenddessen sie bei anderen einschreiten müssen, die sie vielleicht gar nicht so vergehenswert empfinden würden. Aber sie werden dazu über Regeln und Gesetz, Fiktionen, dazu aufgerufen, dort einzuschreiten und nicht woanders. Steuerungsaspekte, das sind energetische Regelungsmechanismen. Gucken wir uns dieses Weltbild nochmal an, da wird es dann auch ein bisschen spirituell nochmal gegen Ende. Schau, wenn du zum Beispiel schon in der Schule gelernt hast, dass du nicht schummeln sollst. Da hatte ich jetzt auch einen schönen Text auf einem Kanal mal gelesen, den hole ich vielleicht gerade mal. Da ging es nämlich genau um das Schummeln. Hier. So viele Menschen sind isoliert und allein und sie verstehen nicht, dass die Indoktrination, die sie in ihrem Kopf haben, aus dem Schulsystem kommt, das uns beibringt, alle Probleme im Leben alleine zu lösen. Wenn sie in der Gemeinschaft arbeiten, wenn man versucht, Probleme gemeinsam zu lösen, wie nennt man es? Schummeln. Sie lassen euch nicht zusammenarbeiten. Das ist, denke ich, ein ganz, ganz zentraler Punkt. Schon in der Schule eben, das Konkurrenzdenken, der andere ist dein Feind oder Konkurrent. Du musst alleine dadurch, du bist alleine, du musst alleine für dich sorgen, nimm das mal beim Wort, musst dir ständig auch Sorgen machen um dich damit und nicht der andere fängt dich auf. Ein Pendant, dazu hast du gesehen, während der C-Zeit, als jeder nur in seiner Wohnung, jeder nur in seinem Kreis sein sollte. Das sind keine Zufälle, sondern es sind Auswüchse, Puzzleteile vom großen Bild einer Philosophie, die heißt Darwinismus. Ja, nur der Stärkste, der Fitteste, der Cleverste in zivilisierten Gesellschaften oder Kämpfen überlebt. Tut mir leid, die anderen, die fallen halt hinten runter. Du musst um deiner Selbstwillen gegen den anderen gehen. Das ist, als würdest du eine Rattenzucht triggern, um gegeneinander zu sein. Und in C hast du die Auswüchse von Trennung gesehen. In der Juristerei haben wir das ständig. Die betriebswirtschaftliche Philosophie ist so aufgebaut. Es trägt nicht das Volkswohl, es trägt nur das Betriebswohl. Wenn du eine grüne Null irgendwo hast, dann ist es ganz gut. Ein grüner Gewinn ist noch besser. Die Bahnsanierung, man hat Anlagevermögen, Deutsche Bahn. Mit einem Freund habe ich derzeit einen Austausch gehabt und wir haben uns unterhalten. Dann sagt er, und das war perfekt auf den Punkt gebracht, der Niedergang der Deutschen Bahn zeigt den Niedergang Deutschlands. Er symbolisiert, er veranschaulicht ihn. Er steht wie ein Bild dafür. Und dann hat die Bahn, ist auf grün gegangen, so seine Information, hat eine grüne Bilanz hergestellt, indem man über Jahre einfach nur Grundstücke verkauft hat. Nicht über Fahrpreise oder indem man über dein Personenbeförderungsticket dann eben seine Anlagen und Bediensteten finanziert hätte. Nein, über Grundstücksverkäufe. Tafelsilber verkloppen. Später, die Instandhaltung, die hat im Grunde dann nur noch verschrottet und daraus Gewinne gezogen. Aus der Verschrottung von deinem Anlagevermögen, also den Waggons und Kram. Das ist alles Tafelsilber verkaufen. Und es ist die ehemaligen Leistungen, die erschaffen worden sind, dann zu versilbern, aber der Bestand wird immer kleiner und deine operative Fähigkeit gewinnt zu erzählen ebenfalls. Die betriebswirtschaftliche Philosophie ist auch auf genau diesem Darwinismus, Egoismus aufgebaut. Du gegen die andere Firma, die Konkurrenten, die sind alle gegen das. Du musst schneller, besser, weiter, sonst was sein. Und dieser Aspekt, jetzt konterkarieren wir extra mal, von einem Indianerdorf. Nimm mal ein Indianerdorf oder nimm ein Bienenvolk bei mir. Die einzelne Biene ist nichts, das Volk ist alles. Das Volk, der Stamm, das Dorf arbeitet als Gemeinschaft. Stell dir mal den Alltag in einem Indianerdorf vor. Du wachst morgens auf, die Geräusche tragen schon von deinen Nachbarn, deine ganzen Nachbarn. Du weißt, ob die was Falsches gegessen haben die letzten Tage, ob die krank sind. Gemeinsam geht man zur Jagd, gemeinsam bereitet man das Essen vor, gemeinsam begeht man seine spirituellen Feste der Dankbarkeit oder der Gottesanbetung. Es gibt Zeiten und Zeitqualitäten für alles, die man gemeinsam begeht. Die Generationen sind nicht isoliert voneinander, sondern die Alten gucken auf die Kinder. Die Jungen oder die in den Mittleren sind produktiv. Die Frauen waschen vielleicht, gerben Felle, die Männer jagen, bereiten vielleicht Fleisch zu oder Waffen, Werkzeug, gucken, dass das Wigwam instand gehalten ist. Man wirtschaftet gemeinsam in einer für alle hilfreichen Aufgabentätigkeit, Aufgabenverteilung. Und es ist gleich wichtig, jeder hat einen Platz. Die Alten sind noch Wegweise, mit AI geschrieben, Wegweise für die Zukunft. Man holt sich Rat dort. Die können körperlich nicht mehr so, aber die wissen Dinge anders einzuschätzen. Es gibt den ältesten Rat, den Rat der Alten. Und in der Summe der Qualitäten wird dieser Stamm, dieses Volk stark. Wie meine Bienen, könnte ich dir jetzt auch wieder länger erzählen? Die Essenz von der Geschichte ist dieselbe. In der Summe der eingebrachten Qualitäten. Nicht jeder macht nur seins und guckt, wie er durchkommt. Das ist ein giftiger Geist, der uns gelehrt wurde. Der uns isolieren soll voneinander und von uns selbst, von unserem Sein. Denn wir sind soziale Wesen. Wir wollen miteinander. Freude. Tiefe Freude. Darauf gehen wir nochmal ein. Finden wir im Miteinander. Weißt du, ich war auch mal ganz anders drauf. Ich erzähl dir mal was Intimes. Ich habe vor, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Jahrzehnten so einen Bienenkasten da mal aufgemacht. Und habe auf das Gewusel geguckt. Und dann habe ich ein Gefühl in mir gefühlt und konnte das Gefühl aber nicht benennen. Ich hatte keine rechte Reflexion zu diesem Gefühl. Ich war verwundert, erstaunt und habe, hä, was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Das fühlte sich aber sehr gut an. Dieses Gefühl. So, jetzt pass auf. Jetzt könnte es nochmal wirklich interessant für dich auch werden. Dann habe ich mich gefragt, wie benenne ich dieses Gefühl? Was ist das für ein Gefühl, was ich da habe? Jetzt pass auf. Und dann sagte es in mir, das ist Freude. Das ist Freude. Freude ist ein Gefühl, von dem ich behaupte, es haben nur noch sehr wenige Menschen, weil es sehr tief mit unserem Inneren verbunden ist. Mit unserem tiefsten Inneren. Mit unseren Lebensaufträgen, mit unserer Bestimmung, mit unserem Menschsein. Da bist du an der Freude. Wir verwechseln hingegen Freude sehr oft zum Beispiel mit Befriedigung. Damit, dass wir Gier, abstrakte Wünsche oder Dinge, von denen wir glauben, wir bräuchten sie, uns nehmen. Also es kann jetzt ein Auto sein, ein Urlaub, ein Kleid, eine Hose. Also Konsum ist ein Freudeersatz. Und er täuscht auch über echte Freude hinweg. Konsum. Ich glaube, echte Freude erleben wir in Beziehung zur Natur, zu den Tieren oder zu anderen Menschen. Das ist im Grunde, wenn wir hilfreich sein können, wenn wir jemanden tatsächlich auch beschenken, ihm eine Freude machen können. Etwas von uns geben können, damit ein anderer weiterkommt. Ich glaube, da sind echte Anhaltspunkte für wirkliche Freude. Unsere Rolle in der Natur sehen. Das sind alles Sachen, da weiß aber kaum einer mehr was mit anzufangen. Was Freude eigentlich ist. Und wir verwechseln Freude ständig mit Ersatzbefriedigungen, die uns eingeredet worden sind. Das wollte ich sagen. So, jetzt haben wir hier aber noch diese Sache, pass auf, mit dem Schummeln in der Schule hatten wir es ja, dann das Indianerdorf. Wir sollen also nicht gemeinsam agieren, sondern immer schön getrennt. Weil wenn Leute getrennt und vereinzelt sind, kannst du sie perfekt verwalten. Das gehört dazu. Du kennst doch das Gleichnis mit den vielen Stöcken. Ein Stock brichst du fünf, sechs, sieben zusammen, brichst du nicht mehr. Wir haben das gesehen bei den Demos zum Beispiel. Solange Leute im Pulk, in der Gemeinschaft sind, sind sie sicher. Werden sie einzeln rausgeholt oder werden sie mit, ja, auch ein beliebtes Ding. Du hast ein Vergehen, dann beschuldigst du sie und dann werden sie vereinzelt im Verwaltungsstreitverfahren blatt gemacht. Du brauchst immer Einzelne, um sauber zu verwalten oder sauber Macht und Kontrolle auszuüben, ja. Gemeinschaft macht stark. So, nächstes noch. Und du siehst es ebenfalls. Weil ich sage, der Geist, das ist wie ein großes Bild und die Puzzlesteine. Siehst du in allen, quer durch alle Disziplinen dann. Wir sind bei Vereinzelung, wir haben es bei C gesehen. Wir sehen es in der Schule, wir sehen es im Sport. Wir sehen es auch in der Partnerschaft, in der Psychologie. Wie geht moderne Eheberatung heute? Moderne Eheberatung, keine Biene, irgend so eine Bremse oder so, ja, für alle Motzer wieder gleich. So, wie geht moderne Eheberatung heute? Ja, vielleicht wenn du zu einer Eheberatung kommst, wird dir als allererstes erstmal gesagt, ihr seid ziemlich verstrickt, ihr zwei. Ihr seid ziemlich verstrickt. Der eine macht die Themen des anderen zu seinen, er fühlt, was der fühlt. Mal greift man über, mal ist man im Territorium des anderen, wo man ja nicht hingehört und so weiter und so fort. Man könnte auch beinahe schon ketzerisch sagen, man ist in Polarität eins geworden oder miteinander verbacken. Man fühlt, was der andere fühlt. ist für mich mittlerweile, ich konnte es direkt, ich kontrastiere es direkt, keine Form von Verstrickung, sondern eine Form von kollektivem Feld, in dem man sich befindet. Ja, man ist eins geworden. Das ist für mich ein Zeichen von Liebe. In der modernen Eheberatung, wir sind jetzt wieder bei der Psychologie, wird dir gesagt, du musst erstmal deine Standpunkte finden. Das ist die, wie soll ich sagen, die Matrize einer Eheberatung. Finde deine Standpunkte, definiere sie, definiere was du willst und dann handele Verträge mit dem anderen aus. Er hat seine Standpunkte, definiert ihr bitte eure Schnittmengen und verhandelt dann eure Kompromisse, wo ihr abwechselnd etwas gebt, etwas nehmt und so weiter. Würde ich heute mit meinem, mit meiner Erfahrung nenne ich das Ganze einfach nur noch Bullshit, Scheißdreck. Ja, ich glaube, ich glaube, Mann und Frau sind füreinander gemacht. Ergänzen sich perfekt, haben die Fähigkeit, sich über die Liebe und die Liebe trägt. Wirklich zusammenzuschmeißen und eins zu werden. Und es sind keine romantischen Vorstellungen, die ich da jetzt von der Liebe habe oder sowas. Nee. Und dann erhöhen sie sich gegenseitig. Dann wird diese Beziehung sakral, sie wird darüber heilig. Dann entsteht etwas Neues darüber, was beide über ihr Ego hinweg erhöht. Das glaube ich. Und so eine Beziehung, so eine Liebesbeziehung, wo ja zwei eins werden. Denk jetzt mal, böse in einem System ist natürlich nicht gewollt. Erinnere dich dran, George Orwell, 1984. Der Mann, der Hauptdarsteller, der Protagonist ist erst gebrochen, als er seine Liebe verrät. Das ist der Punkt. Könnten wir auch schon wieder lang drüber reden. Er ist gebrochen, als die Liebe verraten wird. Okay. Komm, machen wir noch was. Ja, 54, komm, eine kleine Sache nochmal. Kannst du abhaken? Also das soweit. Dieser Auswuchs. Jeder in seinem Kreis. Jeder isoliert vom Anderen. Darwinismus. Darwinismus. Heute entdecke ich in meiner Betrachtungsweise unheimlich viele Ausdrücke, Auswüchse des Darwinismus, die überall längst umgesetzt worden sind. Ja. Okay. Ist auch, denke ich, ein Thema, wo man noch weiter forschen kann. Ja. Denn das wirst du noch in viel mehr Sachen finden, wo wir vereinzelt werden. Ja, okay. Wir haben es soweit. Weiter. Dann lass uns nochmal reden über ein holographisches Universum. Also wir leben. Ja, gut. Ich überlege gerade, ob das einen Taug hat, das nochmal anzufangen jetzt. Stell dir mal vor, wir würden linear erleben, wahrnehmen, linear, auf einem Zeitstrahl. So hat man uns das ja auch in der Schule gelernt. Alles ist auf einem Zeitstrahl hintereinander. Dann entdecken wir über diese Form der Wahrnehmung auch Kausalitäten, Ursachen. Das eine ist, weil das andere ist. Aber dahinter hängt immer dieser Begriff Zeit, dass eins zum anderen kam, durch dies, das und jenes. Stell dir mal vor, dein Leben sei, die ganze Welt sei, das Schicksal dieser Welt sei, wie auf einer CD, sagen wir mal. Alles ist bereits immer da. Wohin der Leser abtastet, das wird als Film gezeigt oder als Erlebnis, wohin der Leser abtasten würde. Das wäre der Gang der Welt, der sich dann durch die Wahrnehmenden auf einer Zeitlinie erschließt. Wir haben jetzt ein Bild aufgerissen, wo wir zwei Wahrnehmungsebenen oder zwei Realitäten kontrastieren. Einmal die bewusste Wahrnehmungsebene des Individuums, linear, hintereinander, Zeit. Und dann so etwas wie eine, nennen wir es, Echtrealität, die zugleich angeordnet ist. Alles ist latent, verkappt, verpuppt, schon vorhanden. Und die Frage ist nur, wann die Zeitqualität da ist, wann die Umfeldbedingungen da sind, dass es ins Bewusstsein käme. Also sinnbildlich gesagt, in einer Blumenzwiebel, in einem Samen ist der ganze Baum kodiert, er ist da. Es ist dann von Ereignissen, Zeitqualitäten, Umfeldbedingungen abhängig, wann die Blume blüht oder so. Wann die Blume blüht, wann der Baum groß wird. Aber auf einer Meta-Ebene ist alles vorhanden, ist alles vorhanden. Nicht nur, das wäre eine weitere, das ist dann eine weitere Ebene, nicht nur die Idee dieses Samens, die Idee der erblühenden Tulpe, die jetzt nur als Zwiebel da ist, sondern die ganze Tulpe. Es ist alles schon da, es ist alles schon fertig. Und es wäre dann, in einem Zyklus von Werden und Vergehen werden dieselben Dramen, dieselben Erscheinungen immer wieder gespielt. Mal ein bisschen abwechselnd, so wie ein Baum am Blatt des anderen, ein Baum, ein Blatt an einem Baum fast identisch ist mit einem anderen Blatt. Aber eben nur fast, weil eine neue Variante durchgespielt wird. So könnte man sich in der Konsequenz auch dann jetzt zum Beispiel ein Bläschen-Universum, ein unendliches Bläschen-Universum mit unendlichen Welten und Weltenvarianten deiner, meiner vorstellen. Wie kam ich denn da jetzt eigentlich drauf? Ah ja, genau, holographisches Universum, ja. Okay, und das spiegelt sich dann natürlich auch ineinander dauernd, dieses Universum. Es zeigt sich, nichts anderes machen wir, wenn ich von dem Herrn Biden was erzähle. Was der sagt, kann dann im Grunde eine Spiegelung, eine Ausdrucksform sein von Energien dahinter. Darüber reden wir im Grunde. Und ich bin, das wollte ich eigentlich erzählen, ich bin an ein Erlebnis von mir gekommen, das möchte ich dir mitteilen. Was man eben ganz pragmatisch dann jetzt, denn du merkst, das ist ja intellektuell ein bisschen anfordernd vielleicht, und man könnte Stunden darüber reden. Was es ganz pragmatisch zeigt, dieses Erlebnis, schau. Also, wenn ich als kleiner Bub, wir sind bei holographisches Universum, nicht linear zeitlich geordnet, erscheint uns aber so bei unserer Wahrnehmung, ja, da sind wir. Wenn ich als kleiner Bub in meinem Bett lag, dann war mir manchmal so, und ich hatte ja auch, wie du auch, ich hatte meine Sorgen, meine Nöte, ich habe mir Sorgen gemacht um dies, das, jenes, hatte Ängste, ganz viele Ängste auch, die bewältigt werden wollten. Und dann war mir an manchem Abend, als würde manchmal so etwas wie ein behütender, ein guter, ein liebevoller Geist vorbeischauen. Du, und er hat mir regelmäßig gesagt, dass ich mir keine Sorgen machen muss um mich oder um meine Zukunft, weil alles gut würde, weil alles im Grunde viel besser werden würde, als ich mir das jetzt mit meinem kleinen Gehirn vorstellen könnte. Naja, dann schlief ich ein. Aber ich kann mich an die Besuche, die wahrgenommenen, in der kindlichen Fantasie, Besuche dieses Geistes erinnern. Jahrzehnte später wurde ich mit meinem inneren Kind konfrontiert und ich habe gelernt, dem kleinen Frank einen Platz in mir zu geben, mit dem kleinen Frank zu reden, den kleinen Frank lieb zu haben. und ich finde ihn auch sehr geil, weil er im Grunde das ist ein sehr mutiger, weicher Kerl, der trotzdem für sich einsteht und seinen Weg geht. Also ich finde, ja gut, okay, also längerer Text, ja, ich finde ihn sehr geil und weil ich ja um seine Sorgen und Nöte weiß, habe ich es mir irgendwann zu eigen gemacht, ich will dich ja an unser Gedankenexperiment bringen, ihn abends zu besuchen. Also ich habe dann immer ihn abends besucht und habe gesprochen mit ihm und habe ihm wirklich unwissend so oft erzählt, dass er sich echt keine Sorgen machen muss, weil alles gut werden wird. Viel mehr, als er sich das überhaupt vorstellen kann, bis ich irgendwann dann Monate oder Jahre später realisiert habe, dass mein heutiges Handeln, dass ich selbst dann zu dem guten Geist werden würde, wenn du Zeit weglässt, in der Erlebniswelt von dem kleinen Frank, der ich ja bin. Verstehst du? Ich tue, wenn ich mich heute zurückversetze, besuche ich mich selbst in meinem Bett und rede mir gut zu. Du sagst natürlich, in der zeitlichen Kausalität ist unmöglich, denn ich bin ja jetzt viel weiter in der Zukunft als der kleine Frank. Wenn du jetzt, genau das ist der Punkt jetzt, wenn du dieses zeitliche Lineargefängnis weglässt, dann siehst du eine direkte Verbindung zwischen dem alten Besuchenden, wegen mir 40 Jahre als erstes Mal besucht er sich als Kind und dem dann wahrnehmenden, im Bett liegenden Frank, der ein positives Geistwesen empfindet, das ihm sagt, dass die Zukunft gut wird. Ist einfach nur, ich sage nicht, dass es war, ich sage nicht, das muss so sein, es ist einfach der Vorschlag einer anderen Betrachtungsweise, wie du auch dein Leben als CD wahrnehmen kannst, wo alles bereits geschrieben ist, deine Zukunft geschrieben, das ist eben das Schicksal, das ist deine Berufung, du folgst nur deinem Ruf in dir drin, du wirst, was du bist, auch du bist eine Tulpenzwiebel oder eine Knospe oder sogar schon die Blüte und es war von Anfang an, weil dieses Universum eine Ordnung hat, in die auch du reingehörst, nicht Chaos, wir sind nicht verloren auf einem Planeten im Universum, wie Sandkorn groß, der keine Bedeutung hat, sondern du hast Bedeutung, alles hat Bedeutung und alles hat eine Berechtigung und ein Daseinsgrund. Und in dem Moment, wo du geboren bist, ist dein Ruf dir bereits vorausgeeilt, hast du eine Bestimmung, also es stimmt, deine Geburt legt Zeugnis über die Stimmigkeit, dass du hier etwas verloren hast, was du suchen musst, weshalb du hier bist. Noch einmal, dass du hier etwas verloren hast, was du suchen musst, weshalb du hier bist. Was habe ich hier nur verloren, hast du dich öfter schon mal gefragt. Ah ja, das, was du suchen musst und was du aufgrund deiner Persönlichkeitsstruktur hier auch finden wirst, weil niemand die Welt so sieht wie du. Ja, jetzt haben wir wieder die allerbesten Sachen, so das Staccato ganz zum Ende, wenn ich warm gebabbelt bin. Das passiert uns oft so. Ich denke, nur die Harten kommen in den Garten. Nur die Besten kriegen das Sahnehäubchen oder die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Ja, komm, hey, wir könnten jetzt echt noch lange weitermachen. Wollen wir noch ein bisschen machen, oder? Ja. Weißt du, du darfst jetzt von Anbeginn, deiner Geburt an, ich rede da immer vom Kirchenfenster, ja, darfst du die ganze Welt finden und niemand findet, sagen wir auch im Deutschen, ist jetzt Teile von meinem Deutschen Seele Vortrag, wo wir über deutsche Sprache reden, deswegen, du sagst ja, ich finde das doof. Ah ja, darfst du. Deine Persönlichkeitsstruktur ist wie ein Kirchenfenster und die ermöglicht, dass draußen, sagen wir mal, durchsichtig alle Energien, alle Farben sind und du über dein Kirchenfenster nimmst die Welt so und wahr, wie nur du die Welt wahrnehmen kannst, weil die Farben, die Mosaiksteine in diesem Kirchenfenster, blau, gelb, rot, lila, sind so gesetzt, dass die Welt von draußen durch dein Kirchenfenster, Persönlichkeitsstruktur sich so abbildet in dir wie in keinem anderen Menschen, wie in keinem anderen Menschen. Und deswegen wirst du die Welt auch so finden. Nur du findest sie so, wie, nicht wie sie ist, aber wie du sie findest. Verstehst du? Das ist ziemlich irre. Nein, das ist ziemlich normal. Du findest die Welt. Und nur, und dann wird es zu einer Übereinstimmung in dir. Also du gleichst ab, ist es stimmig für dich? Ich bin so, die Welt ist so, es übereinstimmt in mir. Da ist die Stimmigkeit, es kommt von den Frequenzen, von den Schallwellen, von der Stimmgabel. Alles Anleihen jetzt vom Deutschen Sprachevortrag bei mir. Da gehen wir da tiefer rein. Und wenn etwas für dich übereinstimmt und stimmig ist, ja, dann wird es für dich zu einer Wahrheit, zu einer verinnerlichten Wahrheit. Weil die Außenwelt zu deiner Innenwelt wird. Das ist ein Synchronisationsprozess, der da stattfindet. Genau wie die Gehirnbahnen, weißt du, sagen wir, ein Säugling käme mit Gehirnbahnen, mit kaum vorhandenen Gehirnbahnen auf die Welt. Denn diese werden, so die Neurologen, dann gebildet über die Denkvorgänge. Und je nachdem, wie du denkst, werden aus nicht vorhandenen Wegen kleine Trampelfade in deinem Gehirn. Also neuronale Verknüpfungen zwischen den Zellen. Wir hatten aus Trampelfaden Wege, geteerte Wege, ausgebaute Wege, Straßen oder gar Autobahnen. Je öfter du etwas denkst, je intensiver du etwas denkst, je stärker du etwas denkst. Und dann reden wir plötzlich von deinem Innenweltbild. Und das Verrückte, dieses Innenweltbild ist eine persönliche, deine persönliche Kopie oder dein persönlicher Abpausvorgang der Außenwelt, so wie du sie durch dein Kirchenfenster wahrgenommen hast. Das heißt, ganz physisch, haben wir es auch nicht mehr so weit bis zur Epigenetik und sowas, ganz physisch wird die neuronale Verkettungsstruktur, die Nervenbahnen, die Wege zwischen deinen Gehirnzellen werden zu einem materiellen Abbild deiner Denkvorgänge, die auf der Wahrnehmung im Außen beruhen. Dein Außenweltbild wird zu deinem Innenweltbild. Verstehst du? Und in einem Synchronisationsakt wird Äußeres Innen. Ich habe mir das Mikro abgerissen, das ist dann wohl ein Zeichen. Da sind wir wieder bei der CD. Alles zu seiner Zeit, alles hat seine Richtigkeit. Und dann würde ich sagen, beenden wir das jetzt. Ich danke dir fürs lange Zuhören und fürs Dabeisein. Vielleicht sollte ich das mal überarbeiten, und dass wir die, ja, ich finde, die schönsten Sachen eigentlich immer zum Ende hin machen. Naja. Hey, habt eine gute Zeit. Morgen machen wir Lager bis zur nächsten Franks Freiheit. Schön, dass du dabei warst. Mach's gut. Tschüss.